Am Wasserwerkhof Schönau wurde zuletzt eine 900 Meter lange Ersatzleitung zusammengeschweißt. Diese übernimmt die Wasserversorgung während der Erneuerung der alten 800er Leitung. Aktuell wird die Anschlussstelle Bauschalm umgebaut, um die Ersatzleitung dort an das Wassernetz anzuschließen. Für die Umbauarbeiten wurde zunächst das Wasser abgelassen. Dann wurde die alte Leitung Schritt für Schritt auseinandergebaut und ausgehoben. Nun können die neuen Leitungsstücke für die alte Leitung eingebaut werden und die Ersatzleitung daran angeschlossen werden.